So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino WhatsApp Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Tschüssi. So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino WhatsApp Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Tschüssi. So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mal gucken, ob der Lautsprecher funktioniert. Alles funktioniert. Ja, okay, dann können wir mal starten. Grüße euch erstmal alle zusammen. Heute haben wir eine Runde wieder Fedbanker. Mal schauen, ob die ganze Geschichte hier so vor Weihnachten läuft. Mal ein bisschen abschmacken kann in Sachen Gewinner. Jawohl. Das war schon nicht der Tag hier. Jawohl. 103, 103 auch gebombt. Das war schon mal der Rotarie, das ist auch nicht schlecht. Das ist immer von neben drauf, die Rotarie. Mit der Kipp im Maul. Das war ja auch noch, aber ich glaube Level 3, dass ich festfressen. Zack, Ende im Gelände. Ja. Na gut, kleiner Gewinn. Muss ja nicht immer groß sein. Hauptsache kein Brandschaden am Arsch. Und die Reise geht weiter. Und gibt dann noch einen. Nee. Nee. Schön. Multiplikator immer gut. Schön. Erste Runde schon mal gegessen. So, wenn ihr wissen möchtet, wo ich spiele momentan oder wenn ihr Fragen habt zu spielen, schaut gerne mal meine WhatsApp-Pumpo nach. Der Link ist unter dem Video gepostet. Da könnt ihr auch mit mir ins Motto karten, ja kein Problem. Wenn ihr dann hier auf Fragen zerbt und vor allen Dingen, wo ich spiele oder welche Spiele ich verstärkt zocke. Kein Thema kann ich euch gerne beantworten. Level 3, alles ist noch im grünen Bereich. Es war 3 dazu, ich habe gedacht 2. So, das kommt noch ein bisschen da drauf drücken. So, da hat er schon mal ein bisschen 20 rausgekackt. Super. Nicht schlecht. Bis jetzt. Aber die Position ist natürlich kacke. Es muss er noch 2 geben, dann. Macht natürlich nicht. Ja. Oh, Bonuswahl. Komm, komm, komm. Ja, geil. Und gute Position. Super, ey. Hammer, Level 4. Jetzt wird es interessant, Leute. Es gibt Schmalz auf dem Tacho bestimmt. Ah, die sind scheiß Mob Schotter da rein. Ja, jetzt brauche ich die Rotary rum. Letzte Runde. Jawohl. Da ist schon mal ein bisschen mit auf dem Tacho. Ja, die ist stark, die ist stark, wenn die reinkommt. Ja, die sind so ganz andere Summen. Hammer, schön 100er ausgekackt. Super. Schöne Runde. Schönes Ding. Jetzt gucken wir mal, wo wir da stehen. 20 Cent, Leute. Das sind Einsätze, ey. Hammer, ey. Guckt euch das mal an, ey. Das kann man doch in der Halle gar nicht mehr gewinnen. 217 Euro. Jetzt drehe ich noch einmal ganz geschmeidig nach. Und dann war es das. Dann werde ich mich dann mal erstmal verabschieden. Ja. Gucken wir mal, ob da noch ein bisschen noch Power drin ist. Aber ich glaube nicht mehr. Das Ding dürfte ausgelutscht sein. Aber wenn der Bonuswagen jetzt nochmal reingekommen wäre, da wären locker über 1000 Euro drin gewesen. Also dann flippt der richtig aus. Ganz wichtig ist ja auch der Multiplikator, der da dann drin ist. Also das ist dann schon ein ganz, ganz heißes Ding. So. Das Spiel ist einfach geil. Nach wie vor ist das der absolute Burner, finde ich. Okay, ich ziehe jetzt noch eine Runde nach. Die Runde hat er verkackt. Da ist der Bonuswagen, aber der ist. Ja, der hat nichts gemacht. War nicht aktiv. Ich habe keine Auspuffkase raus. So, das heißt, jetzt ziehe ich noch eine Runde, dann mache ich finito. Mit dem Bogen ja nicht überspannen. Und zwei, komm. Eino. Nee. Reicht dann erstmal vom Gewinn her. Ich sage ja, ich habe auch Fat Dramid gespielt, lief überhaupt nicht. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt spielst du mal Fat Banker und man sieht, läuft. Ja, die Runde ist, glaube ich, durch. Aber egal. War ganz interessant. So. Und zack, Ende im Gelände. So, wünsche euch. Nee, das geht noch weiter. Sorry, habe ich gar nicht gesehen. Kleine Ecke. Level 3 noch. Aber ich glaube, das ist noch ein Schmuck am Nachthändler Nachlauf hier. Mein schöner Lauf. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß mit dem Video und auch viel Glück in der Spilo, auch so wie natürlich online. Und wir sehen uns in alter Frische. Schönen Abend noch. Ciao. 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 Ciao.